Ich steig um. Ja, ich steig auch um. Aber ich hätte eh keinen Parkplatz gekriegt. Warum kriegt man sowas da? Einer fehlt noch! Ich steig auch um. Weil man gut fährt als Fahrgast und als Fahrer bei den Wiener Verkehrsbetrieben, probieren Sie es einmal auf unserem 3W-Trainer im Kontaktzentrum Babenberger Grotte.